Bad Königshofen Bad Königshofen ist eine Kurstadt im nördlichen Unterfranken im Grabfeld. Hintergrund Königshofen wurde 741 erstmals urkundlich erwähnt und hat seine Anfänge als ehemaliger Karol-Ingi-Schär-Königshof. Um das Jahr 1315 entstand die Stadtmauer und 1320 erhielt Königshofen die Stadtrechte. Im Jahre 1525 wird die Stadt im Bauernkrieg zerstört, 1562 durch einen Großbrand verwüstet, 1634-35 herrscht eine Hunger- und Bestepidemie. Ab ca. 1650 wird Königshofen unter Bischof Johann Philipp von Schönborn von Würzburg zur Festung ausgebaut, die Anlagen wurden am Anfang des 19. Jahrhunderts bis auf wenige Teile, Keller und Gewölbe, wieder abgetragen. Die Geschichte als Heilbad beginnt im Jahre 1896, bei der Suche nach Trinkwasser werden die Heilquellen entdeckt und von da an zur Behandlung von gesundheitlicher Störungen eingesetzt. Den offiziellen Titel Bad führt Königshofen seit 1974. Stadtteil von Bad Königshofen sind Althausen, Aup-, Eiershausen, Gabolzhausen, Ebthausen, Merkershausen und Unterersfeld, allesamt Dörfer im Umfeld der Stadt. Mit dem Flugzeug nächste internationale Flughäfen sind der, 175 Kilometer entfernt und in rund zwei Autostunden erreichbar, sowie die in 120 Kilometern Entfernung und in ca. 1,5 Autostunden erreichbar. Mit der Bahn der nächste Bahnhof ist Bad Neustadt an der Bahnstrecke Schweinfurt, Erfurt, weiter mit dem Bus. Die ehemalige Bahnstrecken nach Bad Königshofen ist stillgelegt. Sie ist teilweise als Radweg befahrbar. Es besteht eine Busverbindung von Bad Königshofen nach Bad Neustadt. Siehe beispielsweise Reiseauskunft der Bahn. Auf der Straße Bad Königshofen liegt an der Bundesstraße B279 von Bad Neustadt nach Bamberg und ist über diese gut zu erreichen. Anschlussstelle der B279 an die Autobahn A71, Thüringer Waldautobahn, Abfahrt Bad Neustadt. Der Parkplatz im Zentrum am Marktplatz ist gebührenpflichtig, zentrumsnah sind aber weitere gebührenfreie Parkmöglichkeiten ausgewiesen. Mit dem Fahrrad von Bad Neustadt auf dem Radweg entlang der Fränkischen Saale. Abkürzung des Radweges in OpenStreetMap www.openstreetmap.org Rautemap gleich 12.50.3022.3704 und Leas gleich CN von Coburg über Gauerstadt, Heldburg, Gombertshausen und dann weiter auf dem Radweg entlang der Fränkischen Saale. Von Hassfurt über Königsberg, Hofheim, Wetzhausen, Oberlaueringen, Sulzfeld. Aus dem Werra-Tal im Norden über Rothschernhausen, Bibra, Behrungen und den MZR-Radweg, Main zur Rhön. Mobilität öffentlicher Personennahverkehr Rhön-Grabfeld, öffentlicher Personennahverkehr, www.nahverkehr.rhön-grabfeld.de Kirchen-San-Pipe-Symbol 160 BX-Pipe-Symbol Marie Himmelfahrt Historische Bauwerke und Burgen mit drei Brunnen und dem alten Kornmessstein In den halbkugeligen Becken mit verschiedenen Durchmessers konnten die Händler nach gerütteltem und gestrichen Maß das Getreide abfüllen. Sam-Pipe-Symbol 250 BX-Pipe-Symbol Altes Rathaus am Marktplatz Die historische Stadtmauer aus der fürstbischöflichen Festungszeit mit früher insgesamt vier Stadttoren ist noch in Fragmenten erhalten, zum Beispiel im Churpark. Einziges erhaltenes Stadttor, in Privatbesitz. Aktivitäten siehe auch den Themenartikel Wintersport in der Rhön. Regelmäßige Veranstaltungen Zur Osterzeit kann das 100 Jahre verschollenen Heilige Grab täglich zwischen 8 Uhr und 18 Uhr in der Kirche St. Wenderlin besichtigt werden. Türmerblasen, Blasmusik von der Balustrade des 63 Meter hohen Turms der Stadt Pfarrkirche, im Sommer jeden Sonntag um 11 Uhr und auch zu den kirchlichen Hochfesten. Die Türmer spielen nach der Türmerordnung aus dem Jahre 1895 zur Jahreszeit passende Lieder. Die Türmergilde besteht aus rund zwei Dutzend Musikerinnen und Musikern aus Bad Königshofen und seinen Stadtteilen, gespielt wird meist Solo, aber auch in der Gruppe. Einkaufen Bad Königshofen hat eine Auswahl an Fachgeschäften in der Innenstadt, Supermärkte sind mehrfach in den Gewerbegebieten, Industriestraße, Gewerbegebiet am Hohen Markstein, vertreten. Küche Sunpipe-Symbol 250 BX-Pipe-Symbol am Marktplatz Unterkunft Gesundheit Allgemeinmediziner und Fachärzte sind in Bad Königshofen vertreten. Das nächste Krankenhaus befindet sich in Bad Neustadt. Praktische Hinweise Die Gästekarte Bad Königshofen gilt auch für die Nachbarbäder Bad Kissingen, Bad Bocklet, Bad Neustadt und Bad Brücknau, Bäderland Bayerische Rhön. Kostenfrei in Bad Königshofen und den anderen Bädern nutzbar sind und andere die Kurkonzerte, Trinkkuren, verschiedene geführte Wanderungen, verschiedene Linienbusse und der Bäderlandbus. Für zahlreiche Kulturveranstaltungen gibt es Ermäßigungen. Kurtaxe pro Person und Tag 2,10 Euro, vom Freistaat Bayern festgelegter öffentlich-rechtlicher Beitrag, Stand 2012. Kurtaxe pro Person und Tag 2,10 Euro, vom Freistaat Bayern festgelegter öffentlich-rechtlicher Beitrag, Stand 2012. Ausflüge In das umgebende Grabfeld oder in die nahen Mittelgebirge, das sind die Rhön mit dem Kreuzberg und der Wasserkuppe, der Thüringer Wald mit Oberhof und dem Rennsteig oder, etwas weiter, das Fichtelgebirge. Nach Mainfranken zu Frankenwein und fränkischer Küche. In die nahen Städte Bad Neustadt, Mellrichstadt, Fladungen, Schweinfurt, Bamberg, Meiningen oder, etwas weiter, nach Würzburg, Coburg und Suhl. Zur von Walter Saar Neumann erbauten Basilika 14 Heiligen und zum Kloster Banz im oberen Maintal.